Was versteht man unter Masterseiten im Impress? Masterseiten sind vorgegebene Designs, das heißt die Art und Weise des Hintergrunds, wie die hier zum Beispiel festgelegt, dann die Schriftgröße, zum Beispiel von Überschriften und so weiter. Schauen wir uns das mal ganz praktisch an. Ich habe hier eine geöffnete Präsentation und kann dann hier im Arbeitsbereich mit dem Bereich Masterseiten ausbilden. Du musst dich erinnern, dass wir hier mehrere Möglichkeiten haben, etwas auszubilden. Hier will ich mir einfach jetzt den Eintrag Masterseiten und habe hier in diesem Punkt zur Verwendung vorhanden. Und kann mir dann durch einen Klick für meine gesamte Präsentation ein entsprechendes Design wählen. Und das mache ich eben hier in dem Bereich Masterseiten. Ich kann etwas herumprobieren und schauen, was für mich besonders geeignet ist. Bis ich dann dementsprechend zufrieden bin mit meiner Wahl. Und dann kann ich wieder weiterarbeiten.